Dann machen wir halt noch eine neue Folge, ne? Dann machen wir halt noch eine neue Folge. Die lebt noch. Ich kenne es da. BAM! Boah, das sieht ziemlich... ...widerlich aus. Ist ja auch Gift. Das Gift muss ja nicht schön aussehen. Schrotflinte. Schrotflinte. Skimitar. Die Gerbschrotflinte macht am meisten Schaden. Oh Gott! 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 Ich versuchte, weil die anderen Eclips-Sisters sind, aber ich wirklich nicht schraubte. Du bist in einem Uniform des敗, und ich werde dich töten. Ich bin nicht einer von ihnen, ich wusste. Ich dachte, dass sich Elnora, die Mercenari, cool wäre, aber ich wusste, was sie wirklich sind. Du hast deine Seite, Elnora. Und du hast. Schraub dir das, Scheiße, und schraub dir! Oh, idiotischer Schad. Schraub dir das, Scheiße. Schraub dir das, Scheiße. Schraub dir das, Scheiße. ja ich habe ihn schützt für den für für den im Komm Chef, die schiefen wir weg. Das Gute ist, die Mechs gehen nicht in Deckung. Bleiben wir einfach stehen. 60.000. Okay. Autsch. So, wieder daneben. Ähm. Der dritte trifft aber. Oh nein, die haben den Jäger. Ich hab der gar nicht mal in den Hals geschossen. Kann ich dem Jäger einen Headshot geben? Tja. Ist ja irgendwie ein bisschen schlecht für die. Das ist aber auch so cool, wie die zerfliegen. Ja, also die Mechs, die zerfallen ja dann immer so. Wenn ich den Kopf, wenn ich den Kopf in den trifft. Ha! Die wollte ich echt gar nicht treffen, aber... Bäm! Bäm! Zick, zack! Junge macht das Teil ein großes Loch. Ich will davon nicht getroffen werden. Ich will davon nicht getroffen werden. Ohaah! 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 Heute, wich? Ou! Autsch! Aber Shepard war die gute Ablenkung. war so geplant dass sie auf mich schießt damit jack die mit ihrem weg schießen kann ich es 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 ist endlich ein voll-fledged Eclipse-Merc. Ich habe meine Uniforme letzte Nacht, wenn ich diesen verdammt Volus habe. Auf nahe, explodiertes Rounds. Blei den kleinen Bastard zu offen. Ich kann nicht erwarten, zu sehen etwas reales Aktion. Als nächstes Mal nach Hause, meine Freunde werden so jealous. Okay, weird. Elnor was the killer. You were right to be suspicious of her. Mist, das habe ich wegen der Mächte nicht verstanden, was weggewirkt hat. Excuse me, what the fuck? Was dermal ich noch? Ich schaufe. Alles klar dich, was er. Need ich den Falle, war sound. Du hast angst! Du hast es, was da nicht mal. iv. Das war's für heute. Achtung! Come on! Granat getropped Gunship above Trouble infamy Damn Grr 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 Nothing can stop it! Grr 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 Ich hab das richtig erkannt. Nobody fucks with Shepard. Shepard! Erstmal speichern. Nicht, dass ich den Scheiß nochmal machen muss. BAM! This looks like a shipping manifest. Es zeigt, dass Pitney IV 2,000 Units von Minogen X-3 zu den Eclipsen. Along mit 600 Units von Red Sand. Das ist nicht die Information, die Samara braucht. Aber es prügt, dass Bolas ein Kriminein ist. Ich bin sicher, dass Detective Anaya interessiert wird. Ich bin sicher, dass wir den Schiff namen finden. Ach, warum steht...oh, das ist ein anderer. Ich bin ein Biotik. Ich denke, Dinge... und sie passieren. Ich bin sicher, Schiff. Ich bin ein Biotik. Ich bin ein Biotik. Ich bin ein Biotik. Ich weiß nicht was Drogen, aber steigern, und ich werde dich nicht schütteln. Ich werde dich nicht schütteln. Ich werde dich schütteln. Ich bin etwas vor mir vor mir, wie eine... eine große Wind. Eine große Wind. Eine große Wind. Ja, Asari injecte so viele Drogen in mir zu mir. Das ist schütteln. Aber dann habe ich mich riecht und schütteln. Ich habe die Größe zu wissen. Kötten ich sich zu schütteln, aber sie wissen, was ich in der Kopf ich weiß... Aber ich weiß, dass ich großartig bin. Hör mich! Du bist ein Teil der Pitney-Forestrade-Gruppe von Pitney? Als ich ein Mörder war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Schöne ist wahrscheinlich verrückt, dass ich nicht zurückgekehrt habe. Er sagte nichts über dich, dass du weggekehrt hast. Ich wollte nicht hier verabschieden sein. Ich verstehe das Gefühl, dass Pitney Geld für Freunde liebt. Aber ich werde eine gewünschte Revenge auf seine Leute machen. Aber erst, der Leiter dieser Mercenarie ist in der nächsten Runde. Ich werde mit Seiya überlegen, wie ein Rackdoll. 15 Creds sagt, dass der kleine Junge nicht fünf Schröten in, bevor der Merk explodiert ihn. Ich werde sie entfernen. Meine Biotik sind nicht verabschieden. Das ist lustig. Oh. 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 Wieso müssen das immer Raketen sein? Oh. 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 kein Problem, aber Ansgarde oder Ansgar finde ich irgendwie ein bisschen lost. Leute, die mich so ansprechen würden, mit denen würde ich eigentlich normalerweise auch nicht treten. Bin ich ganz ehrlich. Das zeugt für mich nicht wirklich von hohem Intellekt. Wenn man nicht mal einen Namen richtig lesen kann, dann... Und so schwierig ist es jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Ich kann ihn sogar wuchstabieren. Auch nicht so schwierig. Ja, let's go. Danke! Vielen Dank für den Eclips-Threat, Earth-Clan. Es dauern sie Monate, um ihre Organisation zu retten. Also, nur aus Curiosität, wenn du dich überrascht hast, hast du vielleicht einen Manifest von mir gehört? Du wirst nie wissen, wann so etwas wie das kommt. Wenn es dein Geist verändern würde, Earth-Clan, das Manifest von dir wäre sehr profitabel für dich. Wenn du es an der Detektivin, ihre Rewarden wäre ein Pat. Wenn du etwas hast, die den Justicard zu verlassen, zeigst es zu ihr. Ich habe den Namen des Schiff. Ihr Fugit hat hier zwei Tage vor, an der A.M.L. Demeter. Shepard, du mich empfiehlt. Du hast deine Partie in der Bargange, und ich werde meine. Die Bargange. Ich bin bereit, um sofort zu verlassen, wenn das dein Lieblings-Detektiv verletzt wird. Du bist frei, Justicar. Es ist eine Ehre, dich in meiner Station zu haben. Und es ist schön, dass du mich nicht töten hast. Ich auch. Hm. Äh. Ich erwarte ein Geheimnis. Wir sehen uns an Bord. Oh. Okay. 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 Who? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, back to the Normandy Samara Skimitar Oh Oh Das sind viele Credits die ich da gefunden habe Oh, es ist Jacob wieder Welcome to the Normandy Samara Studied your profile extensively With your skills I think you'll be an excellent addition to our team Thank you From an organization such as yours That is high praise indeed I've seen Samara's biotic powers at work They're substantial We still don't know what we're gonna find when we hit the collectors I will be prepared for whatever we encounter Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting Put her in the observation room on deck 3 Thank you I must meditate on the days events Dass Jacob nichts darüber sagt Wundert mich Vielleicht wenn ich jetzt persönlich mit ihm spreche Commander Can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit Sounds good I could use some downtime There's always something, right? The way some people talk We may as well be dead already Hard for the crew to relax on this kind of job Hmm Das Schiff braucht eine Bar Wie geht's denn? Wir müssen wachsam bleiben No kidding The next Normandy Gets a lounge They better not need to do this again Rebuilding everything was a pain in the ass I can verify that Yeah I bet you can I doubt they'll front the money to stitch me back together If we screw it up It's a hell of a job, isn't it, Shepard? Being the good guys Wouldn't be the high road if it was easy You've gotta figure If all the people hoping we win stood up The collectors would have a much bigger fight on their hands Claws, whatever I think we have a lot more friends once we win I hope we live to see you I hear that Anyway, I need to get back to work Good talking to you You said something like that Something with Samara But... Okay, just Maybe Kelly says something Commander, you... There is nothing more absolute than the oath of an Asari Justicar You did well getting Samara on our side She is so elegant and gorgeous Too bad her manner is just so... cold She's so cute She's so cute Oh, she's so cute I didn't recruit her for her looks The Normandy already has you, Kelly You are just too sweet Anyway What's up? That'll be all I'll be here if you need anything Oh man, Shepard The Shepard The Shepard Unleashed It could also happen to you Elkos Melvertreiter A Drellack Oh... Keeper Strobin Okay Shaman Earthnaught That's what I've read Earthnaught the Dark Dear man I'm afraid he was frightened I can't remember But... He was just blown away 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 That's what I've read I've already read A update for the young man Captain Bailey Seasack Ah Hey Shepard Wollte ich Ihnen nur mitteilen Das es dem Drell Jungen gut geht Ich sehe was geklärt Und er arbeitet jetzt für mich Er hilft mir mit dem Abschaum In den Bezirken Damit er das Leben für Jungs wie Maus Irgendwann mal besser wird Sicher nicht perfekt Aber... Was ist schon perfekt? Keine Ahnung ob er... Drell und meiner miteinander reden Ich hab ihm gesagt Dass das Leben zum... Schweigen zu kurz ist Aber ich muss... Aber ich weiß nicht Ob das bei ihm angekommen ist Danke Lesley Ich bin Lesley Da auf... Ah... Macht mich krank Die Ärzte helfen mir Ein Arzt kennt Jacob Er sagte er kann ihm das sagen Er kann das für mich schreiben Aber ich will es selbst tun Muss meine Worte benutzen Meine Worte kommen zurück Ich kann gut reden Lesen ist schwer Aber es wird besser Ich äh... Muss besser werden Taylor wollte Dass ich so werde Er wollte dass meine Worte weg sind Ich muss ihm zeigen Dass er verloren hat Ich bin nicht schwach Er hat mir Dinge angetan Und jetzt kann er das nicht mehr Er kann nicht meine Worte äh... Er kann nicht meine Worte nehmen Er kann nicht machen dass ich... Was... Dass ich nicht ich bin Weil sie und Jacob ihn aufgehalten haben Danke Lesley Okay Artefakt Projekt Feuergänge Achso Okay Jetzt möchte ich noch Irgendwas noch gucken Ach nein Wobei Das mache ich beim nächsten Mal Dann muss ich jetzt extra irgendwo hin fliegen Das mache ich dann wenn ich woanders hin fliege Ich glaube beim nächsten Mal mache ich dann die... Loyalitätsmission von Jack